Musik necess es ist merken stock einen schönen Applaus für den Blitz aus Duisburg für Stefan Linko Pascal, du siehst auch die Badler haben in der Welt Fans, ne? Ja, also es ist schön hier zu sein. Ich bin ja im Moment am Heimatverlauben, bin in die Staaten gezogen und besuche hier gerade Deutschland und ich muss sagen, das Ganze hat sich doch ordentlich gemacht, während ich weg war. Richtig schöne Veranstaltung, super Kämpfe, der Rahmen stimmt, also so kann es weitergehen. Ich habe es gerade gesagt, dein letzter Kampf in der UFC, überzeugender Punktsieg. Wie wichtig war jetzt der Sieg zum einen, um in der UFC weiterzukommen, aber auch für dich als Kämpfer? Ja, der letzte Sieg war schon extrem wichtig. Ich hatte eine lange Verletzungspause, danach bin ich zurückgekommen. Der Kampf ist nicht so gut gelaufen, hab den verloren. Und jetzt dieses Mal das Trainingscamp, das hat alles gepasst. Ich konnte überzeugend gewinnen und was in Amerika besonders wichtig ist eben, dass man auch noch eine gute Show abliefert. Das ist mir gelungen und war eben nicht nur, wie du gesagt hast, wichtig, um... Ja, das hast du auch. Wir haben jetzt im Cage niemand anlass, jemanden geringeren als... ...Hoskal Kraus, UFC-Fighter. 2 und 1 jetzt in der UFC, im Weltergewicht. Und ja, ein Spielversprechender junger Kämpfer aus Deutschland. Ja, also sein letzter Kampf war absoluter Hammer. Es war eine lange Verletzungspause. Er hat ein hohes Volumen geschlagen. Er hat einen neuen Punch in den UFC gebracht. Superman-Uppercut. Das hatten wir vorher auch noch nicht gesehen. Sehr sympathisch. Scheint die Sache ernst zu nehmen, um mit der richtigen Sache... ...und dann hinzugehen. Auf jeden Fall, wie ich eben schon erwähnt hatte, das Ganze sieht richtig professionell aus. Er erinnert mich nicht nur die drei Buchstaben, sondern auch von der ganzen Atmosphäre und der Aufmachung an meinen Arbeitgeber, die UFC. Und von daher, wenn es so weitergeht, denke ich, wird es in ein paar Jahren ebenso sein wie in Amerika. Vielleicht schon früher. Heute Abend haben wir noch den Main Event gegen der Andreas Rennen. Der Tag ist gegen Björn Schmiedeberg. Es wurde ja viel geredet im Vorfeld auf diesen Kampf. Vielleicht nicht so schöne Worte. Es duellelektrisiert ungemein. Was glaubst du, wer macht da das Rennen? Björn noch einmal oder vielleicht noch Andreas? Ist auf jeden Fall ein spannender Kampf. Es sind beides gute Kämpfer. Und der letzte Kampf ist eben an Schmiedeberg gegangen. Da ich Andreas aber gut kenne und mit ihm auch schon trainiert habe und wir auch so befreundet sind, setze ich mein Geld auf ihn. Und sage, Andreas, klingst du für meinen Worte! Meine Meinung. Das darf jeder seine eigene haben. Und mal sehen. Wir werden es sehen. Wie lange dauert es noch? Wie viele Kämpfe sind noch, bis der Kampf stattfindet? Vier Stück. Also lange dauert es nicht mehr. Und dann haben wir die Antwort. Okay. Das sage ich jetzt noch. Vielen Dank, Pascal Kraus. Ihr wisst die Kämpfe. Vielen Dank, dass du hier im Leben warst. Danke für den ganzen Support und schönen Abend. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Kämpfen. Pascal Kraus. Gut, jetzt ist das Interview vorbei. Wirklich als Sympathieträger. Die Zuschauer waren wirklich so begeistert, dass er Kranio Takis mit seinem Kittelkampf unterstützt. Da war das sowohl Meinungsfreiheit und den Kollegen muss man unterstützen. Das verstehen wir doch ganz klar. Ja, also, Pascal hat hier ganz klar seine Kämpfe ergriffen. Ich meine, es bleibt ihm auch nichts anderes übrig. Er ist nun mal ein Teammate von Andreas Kranio Takis. Sein Trainer, quasi sein Budenkampftrainer. Ist auch sehr, sehr eng befreundet mit dem Andreas. Also ich kenne die Truppe ja. Persönlich ja auch. Und ja, jetzt haben wir Pascal. Man muss natürlich auch was dazu sagen. Das ist ein junger, agiler Kämpfer, der jetzt in der UFC am Fighten ist. Seit guten drei Jahren und hatte eine Verletzungspause von K1 im Jahr gehabt. Hat sich jetzt zurückgemeldet über einen sehr, sehr dominanten Sieg. Der Tag in der UFC führt jetzt mit einer 2 zu 1. Also eine Niederlage und zwei Siege in der UFC. Und in Deutschland noch nicht so bekannt. Aber in Amerika und in den Staaten kennt man ihn ganz gut. Hier bei uns unter den Fachkreisen, unter den Profis, natürlich Leute wie du oder wie ich jetzt. Sie kennt natürlich den Pascal, das ist auch eine Selbstverständlichkeit. Ich finde es so schade, dass die deutsche Presse diesen Athleten nicht die Anerkennung gibt, die ihnen gebührt. Eine von den wenigen Deutschen die Siege in der UFC einfahren konnten. Und ich finde es schade, dass die Presse da nicht drauf springen, weil das ist einfach eine Leistung. Gut, aber jetzt um zu unserem Schwergewichtskrank. Genau. Da wollte ich jetzt gerade weitermachen, Sascha. Also wir haben jetzt Igors Vortrieb schon drin. Jarris Jones Daniel. Jetzt kommt Daniel, unser 120-Kilomar. Der Igor sieht sehr kräftig aus. Ich habe so das Gefühl, er ist eine UFC-Kertur auf der Bruste. Ich habe ihn schon mal kämpfen gesehen. Ich kann mich aber nicht genau erinnern, wo. Ich bin ja jetzt gerade vorbei. Ein bisschen über Fort hat mich ehrlich gestehen. Es ist aber auf jeden Fall ein ausgeglissenes Match-up auf dem Papier. Ja, und wie gesagt, wir haben ganz klassisch 2-0 gegen 2-1. Wenn man jetzt professionelle Hinsicht sieht, macht da die, sag ich jetzt mal, die Kampferfahrung nicht so einen großen Unterschied. Daniel hat aber auf jeden Fall seine Unterstützer mitgebracht. Genau. Also man merkt auf jeden Fall, dass der Junge hier gute Jungs dabei hat, die den auf jeden Fall lautstark unterstützen. Und ja, mal sehen, ob die 15 Kilo mehr auch dazu beitragen werden, heute hier in den Sieg einzufahren. Die werden auf jeden Fall jede Menge Leder durch den Raum schmeißen. Ja, mal gespannt. Ich bin ja gegensätzlicher Meinung, wer hier gewinnen wird. Aber das Schöne am Campen ist, wir werden es gleich sehen. Und wie sagt Igor, sieht sehr athletisch aus. Ich darf ihn beide hier vorvorstellen in der Blaunecke. Er ist ein Mixed-Marshal-Artist mit 85 groß. Scheint sehr fokussiert zu sein. Er hat nur 2,7 Kilogramm. Du weißt, was er jetzt fettgebracht hat. Drei Kampen mit 2,7 und einer Niederlage. Irgendjahr noch Stefan. Genau, so sieht das aus. Igor Samba Swonky. Das haben wir auch mal gegen den Sparring gemacht. Das ist schon etwas länger her. Zwei Jahre her, da hat er noch den Wohm trainiert. Aber ich kenne ihn. Jetzt fett mir wieder, ich sag doch, der Name kam mir nicht bekannt vor. 18,3 Kilogramm. Drei Kampenrekord. Zwei Kämpfe. Zwei Siegel. Vorm Hamhouse-Team aus Nürnberg. Jared Jones Daniels. Ein interessantes Matchup. Ruhrpott gegen Bayern. Nürnberg. Das heißt nur noch, die Küche kocht ihr bei uns im Ruhrpott. Auch hier hat wieder GMC ein Leckerbissen, was das Schwergewicht angeht. Herberg gezaubert. Sascha, mal abzuwarten, was dein Favorit hier in diesem Matchup macht. Das heißt hier schon Favorit. Ich setze einfach auf Masse und du sitzt auf Agilität. Ich denke mal, das ist 50-50. Und ich meine, in der Gewichtsklasse, ein Treffer kann reichen. Wir werden sehen. Du sagst es, mein lieber Sascha. Du sagst es. Igor sieht hier sehr, sehr fokussiert aus. Ich kann dir sagen, dass ich den Igor auf jeden Fall vom Stand-Up Matches kenne. Das sieht so aus, als wenn Igor wahrscheinlich hier den Stand-Up bevorzugt wird. Und ja, mal abwarten, wie der hier seine... Das war's mit dem Stand-Up. Wir sind auf dem Boden. Und da ist es natürlich aus, abzuwarten, was die Masse da bewirkt. Gegen Agilität, wie wir bereits schon mal am Anfang besprochen haben. Igor hält hier seinen Gegner schön in der Guard. Und versucht hier, die Schläge aus der Guard abzuweichen oder beziehungsweise abzublocken. Es ist natürlich sehr schwer, ein offensiver Guard zu nutzen, wenn man mit dem Kopf gegen den Käfig liegt und so ein Koloss auf sich liegen hat. Und er wird jetzt gleich gewaltiges Ground-and-Pound nach unten schießen. Und ich will mal gucken, ob er damit umgehen kann. Oh, Side-Control hier. Versucht natürlich hier, mit Ground-and-Pound noch ein bisschen vorzubereiten, um in die Monde zu gehen. Und ja, effektives Side-Control auf jeden Fall von Daniel hier. Und äh... Er hat einen guten Underhook auf der gegenüberliegenden Seite. Er geht jetzt zum Crucifix. Und ich denke mal, das wird bald vorbei sein. Ich glaube, das ist nicht in der ersten Minute so eine Position, mein lieber Sascha. Aus dem Crucifix ist es sehr schwer rauszukommen. Damit hat selbst Matt Hughes BJ Penn gefinisht. Das ist eine sehr herkömmliche Position im MMA heutzutage. Aber er ist rausgekommen. Er hat getippt! Er hat getippt! Er hat getippt! Er hat getippt! Wir haben Igor Liegner auf dem Boden. Der Referee kümmert sich jetzt aber langsam um ihn. Das ist natürlich, wenn man solches Gewicht auf einen einschlägt, dann bleibt einem nicht mehr viel anderes übrig. Die Fans, wie man hört im Hintergrund, mein lieber Sascha, sind sehr, sehr zufrieden hier. Mit ihrem Schützling, mit ihrem Liebling, mit ihrem Publikumsliebling. Und man feiert ihn auf jeden Fall. Ja, der lieber Daniel fährt hier mit einer 3-0 nach Hause, mein lieber. Ja, eine sehr dominante Vorstellung. Und ich denke mal, wenn man seinen Take da nicht aufhalten kann, wird man sehr große Probleme haben, ihn zu besiegen. Wenn er mal auf dir drauf liegt, benutzt er sein Gewicht wirklich geschickt. Ja, ich glaube, da müssen wir ein paar Schwergewichte warm anziehen. Igor ist wieder auf die Beine. Gott sei Dank, es ist nichts Gravierendes passiert. Und ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Man kann hier gespannt sein und das offizielle Urteil. Sieger nach einer Minute und 23 Sekunden in der ersten Runde durch Tap-Out. Der Kämpfer aus der Rottenecke. Jaris Jones Daniel. Sehr, sehr dominant. Ja, mein lieber Sascha, wir haben jetzt das nächste Match ab auf jeden Fall schon auf dem Game. Es ist ein schönes Weltergewicht. Angelos Tampakikas ist jeden ein Begriff. Ein sehr, sehr aggressiver Kämpfer. Efter der Vigshause wird es wieder öfter der Vigilante Vigilante. Swell. Er ist ein leichter Kämpfer. Nein, kein ganzes Begriff. Ein ganzes Begriff. Ein ganzes Begriff und den Übergriff. Ein ganzes Begriff. Wir versuchen ein Einfragen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020